Herzlich willkommen zurück! Jetzt wo wir uns mit dem Differentialquotienten schon sehr gut angefreundet haben, wird es Zeit, dass wir noch einen weiteren, ganz wichtigen Begriff aus der Differentialrechnung einführen. Dafür ist wichtig, dass du die Begriffe differenzierbar und Ableitung von f an der Stelle x0 bereits kennst. Das Ziel für dieses Video ist, dass wir gemeinsam die Ableitungsfunktion kennenlernen. Wenn wir wissen, f ist differenzierbar an der Stelle x0, dann heißt das, wir können die Steigung der Tangente von f an der Stelle x0 berechnen. Die nennen wir dann f' von x0 und wir sagen auch f' von x0 ist die Ableitung von f an der Stelle x0. Was uns bei all dem auffällt, ist, dass wir jedes Mal dazu sagen, an der Stelle x0. Jetzt könnten wir uns die Frage stellen, na was ist, wenn f an jeder Stelle differenzierbar ist? Naja, wenn f an jeder Stelle differenzierbar ist, dann können wir die Ableitung von f an jeder Stelle berechnen. Das bedeutet aber auch, dass wir nun jeder Stelle den entsprechenden Wert der Ableitung zuordnen können. Das bedeutet, es gibt dann eine Funktion f' die jeder Stelle x genau die passende Tangentensteigung f' von x zuordnet. Und diese Funktion nennen wir Ableitungsfunktion. Hier noch das Wichtigste zusammengefasst. Ist eine Funktion f an jeder Stelle differenzierbar, können wir die Ableitungsfunktion f' berechnen. Ihr Funktionswert an der Stelle x, also f' von x, ist die Steigung der Tangente von f an der Stelle x. Wir sagen auch kurz f' ist die Ableitung von f und die Steigung von f an der Stelle x ist f' von x. Und in den kommenden Videos werden wir uns nun damit befassen, wie wir solche Ableitungsfunktionen berechnen können.